Sollten wir doch... Hier war ich doch vorhin schon mal! Nein, das habe ich in dem Video auch gesehen. Und dann bist du, glaube ich... Nee, aber ich dachte gerade eben schon mal, Robin. Sind wir doch gerade eben schon mal vorbei. Wo bin ich jetzt lang? Nee, ich glaube, ich habe das gerade vertauscht mit dem Anfang vom Video. Und dann bist du genau in dieselbe Richtung gelaufen. Ja, das habe ich gerade eben schon mal gemacht. Ja. Das habe ich gerade eben gemacht. Ja, und ich dachte, ich hätte es im Video gesehen. Seht ihr mal. Toll für den Arsch hier. Ja, Leute, ich würde sagen, damit ist dieses Let's Play beendet. War eine schöne Zeit mit euch. Weil ich ein paar Dinger gefunden habe, oder was? Äh, verloren habe. Nein, Spaß. Der Never Quest muss auf jeden Fall hier mal was essen. Ich habe doch nur 8 Äpfel. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gut. Nein, Spaß. Der Never Quest wird das hier natürlich jedenfalls weitermachen. Auch wenn er es nicht hinkriegt. Auch wenn er diese Sachen dann nicht wiederfindet. Aber er wird weitermachen. Und wenn ich ihn dafür in den Arsch treten muss. Aber das wird er machen. Ansonsten mache ich einfach weiter. Könnt ihr euch drauf befasst machen. Wird zwar scheiße, aber... Dann sorgt lieber dafür, dass ich weiter mache. Ich weiß, ich bin nicht der Beste, aber... Schlechter als Folge geht es nicht. Boah. Was soll das jetzt heute? Ich habe ja noch nie ein Let's Play gemacht. Du hast ja noch nie gehört, wie ich ein Let's Play mache. Ja, du meinst du nicht? Weil das immer schon so doof ist, deine Festplatte zu lernen. Ey, jetzt pass mal auf. Ich habe die letzten Mal versucht zu lernen. Das Problem ist halt alles, was drauf ist, ist wirklich wichtig. Das ist mein Problem. Aber ich komme mir vielleicht mit einem neuen Rechner. Vielleicht wollte ich mir einfach nur eine externe Festplatte. Vielleicht schmeiße ich das Ding auch einfach rauf und werde total zum Oberschwen... äh... Streber. Zum Oberschwenker. Zum Oberschwenker. Zum Oberschwenker. Verbringe jede feine Minute und Sekunde mit Lernen. Das wird meine... Theoretisch ist das jetzt ein Dschungel, der auch direkt unserem Haus gegenüber steht. Wow! Moment! Ich bin kaputt. Du solltest keine Fahrschule machen, so wie das aussah. Du weißt keine Bootsfahrschule wie SpongeBob. Ist ja... Ja, wie man das jetzt sehen möchte, ne? Auf jeden Fall hast du den Bremsweg völlig falsch berechnet. Völlig falsch. Yeah. Ich finde das ja immer klasse, so mit dem Flusslauf, ne? Da hast du hier irgendwie gerade riesig grüne Weiden und dann BAM! Wüste! Wüste! Oder BAM! Schnee! Mit einem Schlag wirklich! Einfach so... Im Dschungel noch so drin hier so? Ja, das ist Wahnsinn! Stell dich mal vor... Temperaturunterschied innerhalb von 10 Metern von 50 auf 2 Grad gesunken! Die im Regenwald... Stell dir mal vor... Leute im Regenwald hätten so eine riesige Temperatur... Das wäre ja ziemlich böse! Also das wäre ja... Hast du das dämliche Gefühl, wir sind uns wieder voll an der selben Stelle wie vorhin? Ich habe voll das dämliche Gefühl, wir haben dieses Zeug nie finden! Oder wir sind die ganzen in der Nähe und es ist schon extricate! Ja, das ist... Das wäre ja mega fail! Nach zwei Tagen langer Suche finden wir das Zeug dann... Ah, dann ist es weg! Weil wir in Portage 5 Stunden... Die ganze Zeit im Kreis drum herum gerannt sind! Nein, aber... Mir kommt hier echt gar nichts... Bekannter... Was du mir so in den Videos gezeigt hast! Für dich ist es ja... Ich setze mir ganz anders kurz hin! Ganz kurz anders hin meine ich! Für dich ist es natürlich noch schwerer... Weil du ja nur wirklich Ausstände gesehen hast! Ich habe es ja noch miterlebt! Deswegen... Kann ich das alles noch wesentlich einfacher nachvollziehen als du! Ja, deswegen... Das ist halt eben das... Aber außer dieses Hyperloch... Was auch, wenn ich dieses gesehen habe, wie nah das an unserem... Äh... Anderen... Zuhause war... Kann das ja auch durch eine andere frühere Expedition schon entstanden sein! Ja, aber vielleicht war es auch einfach so, dass du... Diesen Weg zur Pyramide, der dir noch einfach total mega lang vorkam... Und letztendlich bist du praktisch mehr oder weniger im Kreis gerannt und warst gar nicht mal so weit weg von deiner Butze! Hoffe ich ja, das wäre... Toll! Vor allem habe ich einen Tropenbaum dabei gehabt! Nun, das ist nicht so die Welt aber... Den brauchen wir aber... Was ist das hier? Temple Run oder was? Noch irgendwas Wichtiges? War irgendwas Wichtiges noch dabei? Ich habe keine Ahnung... Gold, Silber... Eisen... Das habe ich mit Silber gemeint jetzt... Also... Lapis... Ja, das ist nicht richtig... Die Eier von der Ostersuche... Übrigens haben wir zu Ostern vier Eier gefunden, ne? Ja... Lapis Lazuli heißt das... Lapis Lazuli... Alter! Das sind Kürbisse! Na da, na boah! Was? Da... Ach, da... Die... Die... Du hast mir gerade das Handy von mir immer mehr an meine Fettiche reinlaufen... Und das ist echt extrem schwer so zu steuern... Dann sagt man du... Ich denke du kriegst das mit, wenn du das Handy stößt, aber... Ich denke so einiges von dir und... Ich krieg das auch mit... Allerdings sehe ich nicht wohin ich das stößt... Ich krieg's mit, aber ich mache einfach weiter... Ja... Das finde ich das immer zu lustig... Wie du dann so langsam anmerkst... Ja... Also... Hm... Langsam kann ich gleich nicht mehr spielen... Jetzt will ich aber endlich mal ein Setzding kurz haben... Falls wir hier nichts erreichen... Dann will ich wenigstens mit einem Setzding nach Hause kommen... Damit ich ein kleines Erfolgserlebnis habe... Das wäre echt schlimm mit dem ganzen Summe kein Setzding zu bekommen... Das wäre wirklich mega mega böse... Sag mal wie kriegt man eigentlich am meisten Setzdinge... Wenn man die Pflanzen selber abhaut... Oder wenn man wartet bis die Blätter abfallen... Die Farien stech ich mir glaube da gibt's kein Unterschied... Gibt's kein... Das stelle ich die Frage schon so lange... Ja die Frage habe ich mir auch öfter... Die habe ich eben gerade eben schon gestellt aber... Ich... Ich... Ich bin sicherlich immer wenn ich... Ah... Setzding... So das holst dann auch noch mit... So jetzt hat er... Ey... Weißt du... An so einer Situation wäre es echt schön... Wenn sich die Zuschauer nochmal wirklich... Gedanken machen mit... Und mal echt schreiben würden... Ja du bist da lang gegangen und eigentlich musst du da lang... Das wäre an so einer Stelle echt mal schön... Dafür brauchen wir einfach eine große Community... Also Leute ihr hört es... Wer auch immer jetzt da reinguckt und irgendwie... Einen Plan hat... Wahrscheinlich keiner... Sagt uns wie kommen wir zu diesem Scheiß Zeug... Essen... Oh Gott... Mich wundert es gar nicht dass du da in der Programmiete verreckt bist ey... Ich habe eine Recht... Ähm... Verschwenderische Art mit meinem Leben umzugehen... Nennen wir es immer so... Ja ich merks schon ey... Zum Glück im Umspiel... Ja schlimm wenn du das so real life technisch auch ausprobieren... BAM! 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 Was tust du? Ich springe! Ja... Ich kletter einen Berg runter... Oh echt schlimm sich im Dschungel vorzubewegen... Ey da kriegst du echt die Kratze... Ja das ist mega 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 stressig... Soll aber auch zu sein nehme ich stark an... Weil im richtigen Dschungel... Ja klar deswegen... Sich da vorzubewegen ist ja genauso schlimm... Ey ich höpfe mir ja schon die ganze Zeit... Hör doch euch so im krönen Ding... Ja weil ich heute gar nicht auf ne... Das ist glaube ich der Punkt der mich an den Dschungeln... Wirklich richtig extrem stört... Da hieß es am einfach... Oh die sind so selten die Dschungel... Und dann hören die nicht mehr auf... Und immer... Wow das sieht geil aus... Wo bin ich hier? Das muss ich sagen... Im Dschungel findet man echt solche geilen Gebilde... Ne die findest du auch außerhalb des Dschungel... Das halt nicht so ein Dschungel... Ja aber... Im Dschungel sieht das halt richtig genial aus meiner Meinung nach... Ähm... Was mich einfach wirklich extrem an den Dschungeln stört... Einmal dass man da so schlecht durchkommt... Und Punkt 2... Dass sie wirklich so riesig groß sind... Das heißt... Man nimmt sich vor... Okay ich gehe hier 5 Minuten da rein... Suche mir das und das... Dann steht man da drin... Dann kommt man praktisch nicht mehr raus... Weil man nicht weiß... Scheiße wo komme ich jetzt eigentlich her? Ja... Wo bin ich hier überhaupt hin? Äh... Gelaufen... Hergelaufen... Von links nach rechts... Oder von rechts nach links... Oder... Komme ich jetzt hier von oben... Oder... Und du weißt doch was ich meine... Ja ich weiß was du meinst... Ich bin bloß grad extrem konzentriert... Hier endlich meine Wüste zu finden... Hier das Gefühl ich bin wirklich vollkommen in der falschen Richtung... Ich habe eher das Gefühl dass... Das ist also... Ich glaube würde ich mir die ganze Zeit... Kom... Plett nach dieser Richtung da... Musik cool... Äh... Oh Gott was ist das für ein Deutsch... Die Musik cool... Oh Gott der... Nein die schon wieder in den Dschungel... Die Musik ist cool... Liebe Leute ey... Das ist Rock Classic von Kevin MacLeod... Klingt gut... Klingt gut... Klingt gut... Musik cool... Gott ey... Nur noch langen Weg vor dir... Jüngere Schüler... Ah... Jüngere Schüler... Du hast einen langen Weg... Noch vor dir... Meine Äpfel sind alle... Dann sollst du noch keine... Zombie oder so gesehen oder? Du hast ja alles... Kurz... Vor... Nach... Ende ja auch noch... Auf Friedlich... Haben sie was zu ihrer Verdeidigung zu sagen... Lieber Herr... Mal vergessen... Du hast mich abgelenkt... Achso... Ich hoffe... Dein mal Schönheit geblendet... Hehehe... Größter... Größter... Größter Fail Ever... Das ist größter Fail Ever... Natürlich werde ich jetzt auch noch angerufen... Und es ist wieder einmal mal das Schönste hier... Ignoriert dieses Telefon einfach mal ganz kurz... Das steht hinterm... Oh... Ich bin begeistert... Der nächste Zeit jemand abgenommen... Ich habe jetzt das Gefühl gehabt... Das würde jetzt wahrscheinlich so 5 Stunden lang klingeln... Hinter meinem... Deskopf steht das... He... 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 Ich sehe hier kein Telefon... Ach da... Ich war jetzt total erschrocken... Ich dachte jetzt... He... Boah... Was ist denn das? Das stimmt ein Anruf für dich... Das muss natürlich kommen... Ich meine... Ist schon sowieso wie gerade übelst der Fall in der Aufnahme... Und genau in diesem Moment... Muss selbst verfreilichend... Jemand anrufen... Und es reicht nicht einmal... Nein... Es muss gleich zweimal sein... Wahrscheinlich kommt meine Mutter gleich in mein Zimmer gerannt... Hier so... Voll wichtiger Anruf für dich... Blablabla... Und dann ich so... Boah... Und alle so... Und ich so... Und... Und ja... Der Volk sitzt da und macht sich voll ein... Das glaube ich auch... Das wird wahrscheinlich das einzig lustig... Eine Situation sein... He... Okay... Aber wir kommen hier nicht wirklich weiter in der Suche... Ist dir das auch schon aufgefallen? Das hält mir schon die ganze Zeit auf... Ich glaube mir war schon bewusst... Dass das... Dass dieses Vorhaben von Anfang an irgendwie... Zum Schein anvorteil ist... Ja... Jo... Das war mir eigentlich auch bewusst... Aber ich... Du weißt doch wie das mit der Hoffnung ist... Ja... Man hat sie aber... Sie wird meistens nicht erfüllt... Enttäuscht... Vor allen Dingen wenn es um so ein Spiel wie Minecraft geht... Ja... Wo man nicht... Ja... Ne... Es gibt noch so ein Spiel... Wo man... Wo man in der Hoffnung auch... Wo die Hoffnung auch meistens zerschlagen wird... Das nennt sich real life... Müsste mal ausprobieren... Das Spiel ist voll klasse... Besserlich... Hab ich mir... Hab ich mir vor 18 Jahren mal gekauft... Habe ich... Habe ich... Habe ich... Habe ich... Habe ich... Es gibt keine... Aufbauten... Ja... Und ich habe festgestellt... Dass man für ewig in diesem Spiel fest sitzt... Was mir auch aufgefallen ist... Kann es sein... So... Keine Ahnung... Weiß ich nicht... Ja... Also... Keine Ahnung... Weiß ich nicht... Ein Widerspann... Ein Widerspann... Ein Widerspann... Ein Widerspann... Ein Widerspann... Ja... Wie... Wie gesagt... Ich habe heute schon... etwas länger... Keine Ahnung... Mehr gesagt... Deswegen bin ich da... Ich nicht mehr so... In der Materie... Mehm... Worte... Für... Ich würde so... Ein kleines Problem... Er... 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 Ja... Geht auch... Weg... Ich bin... dabei... Die lassen mich ja nicht... Das... Sag mal... Geh... Ein Zwerg-Creeper... Was... Das... Irgendwie sehen die Spinnen in diesem Spiel an... so aus... Wird mir grad auf... Ich habe nicht mehr zu essen... Sag mal... Was geht denn hier ab an Monster... Was hast du denn du eingestellt... Gar nicht... Normal... Wie immer... Ey... Das... Schön gemacht... Aber nicht weniger... Exklusiv... Nimmstern... Ne... Ich hab's noch... Guck mal hier... Oh... Ich hab's nicht zu essen mit... Zweiunddreißig... Rindfleit... Na egal... Kein Essen... Ist das Pferd... 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 Getraunt als Pferd... Getraunt als Pferd... Juhu... Mh... Necker... Yami... Pferd... Pferd... Salami... Ja... Seid ja zu drogen... Hä? Nein... Seid nicht... Ja zu drogen... Was denn da hat... Ein Schleim... Wie sehen die aus... Hat ja auch mal... Meiner Meinung nach... Ich hab's ja noch nicht... Du hast ja noch nicht mal aus der Nähe gesehen... Na und... Heu ja auch nicht... Aus der Ferne... Aus der Ferne... Das sehen die gar nicht mal so schlecht aus... Haha... Das heißt... Du bist irgendwo... Moor umgestiegelt... Ja ständig irgendwie... Aber das finde ich halt auch schade... Das... Die Slime-Viecher jetzt... Ja das ist echt übertrieben... Also... Dann kriegt das einem so... Oh das Pferd wieder... Wenn sie nicht so... Klein und süß wäre... Ist es aber nicht... Dass sie jetzt so... Weit... Äh... Sag ich mal... Dicht... Dicht... Als Feind sei mal da... Keine Ahnung wie ich das sagen soll... Aber auf so einer Entfernung... Die Reichweite ist einfach... Ja... Also... Die Reichweite auf der sie denken... Sie müssen explodieren... Ja... Ich geh jetzt mal hier in der Luft... Genau hier an der Stelle... Der Gegner ist hier... Der Spieler ist zwar schon längst außer Reichweite... Aber... Naja... Ich muss mal... Ich wollte gerade sagen... Ich habe eigentlich mit einem Bum... in den Kopf gerechnet... Und dann kam es auch... Ja... Das war ja voraus zu sehen... Hilfe... Scheiße... Hühner... Fuck... Wir sind verloren... No... 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 Boi... Oh mein Gott... Das wäre jetzt mega fähig gewesen... Du isst was... Und in dem Moment... Kommt eine Vieh von hinten an... Bam... Headshot in your Knie... Genau... Vor allen Dingen Headshot in your Knie... Mit K... Ja... Schönes Englisch... Headshot in your Knie... In your knee heißt das... In your knee... Was ist das für die Vieh gewesen? Ein Zombie... Ein Schaumbi... Ein Schaumbi... Ein Schaumbi... Ein Schaumbi... Ein Schaumbi... Ein Schaumbi...